Kommen wir nun zu einer kurzen Präsentation der Unix Linux Tools und Addons zum Firefox. Ich rufe ein Terminal auf und sehe hier noch ein paar Reste. Das löschen wir gleich mal. Und in den Folien wurde ja WGET eingeführt als ein Tool, was es mir erlaubt, HTTP-Ressourcen aus dem Netz herunterzuladen, auch rekursiv. Schauen wir uns erst einmal die Manual Pages dazu an. WGET So sehen Sie hier die Kurzerläuterung. Ein Non-Interactive Network Downloader hat den Vorteil, dass Sie nicht warten müssen, bis er seinen Job getan hat, sondern auch unabhängig davon, das Arbeitet dann im Hintergrund, Surfen und andere Arbeiten verrichten. Gut. Quit, um hier wieder rauszukommen. Und jetzt rufen wir mal WGET auf. Wenn Sie nichts weiter unternehmen, wird er Sie auf die Syntax hinweisen. Und wir brauchen mindestens die Domain und die genaue Ressource, die wir herunterladen wollen. Also, WGET. Wir sind in unserer lokalen Umgebung. Wir haben eine index.html-Seite auf dem Localhost. Also, warum nicht einmal mit Localhost die Sache probieren. Slash index.html muss ich nicht angeben. Da ist der Apache, unser Webserver, darauf trainiert, dass er da sofort nachschlägt, wenn Sie nichts weiter spezifizieren. Ab dafür. Was lesen wir? Zunächst einmal schreibt er uns sauber hin, was wir gefordert haben. Localhost ist ein bisschen simpel, aber er weiß, das aufzulösen. Wir meinen das HTTP-Protokoll. Doppelpunkt, Slash, Slash, Localhost, Slash. Und damit haben wir dann die URI vollständig angegeben, nämlich index.html. Auflösen des Hostnamens. Wir wissen, denke ich mal, dass wir das wissen, dass der Localhost ist ja erstmal ein Domain-Name. Und als 4-Byte-Adresse dezimal kodiert, heißt der Localhost immer 127.0.0.1. Das weiß man irgendwann. Der Verbindungsaufbau über TCP zu Localhost hat über den Port 80 stattgefunden. Das ist das Standard-Port von HTTP. Und wir sind verbunden. Die HTTP-Anforderung, also GET, die Index-HTML-Seite, wurde verschickt. Und man wartet, war nicht lang. Und man bekommt den Status-Code 200 mit der kurzen Erklärung, alles ist okay. Die Länge der Repräsentation der angeforderten Ressource beträgt 589 Bytes und ist vom MIME-Type-Text-Slash-HTML, also das, was wir eigentlich auch erwartet haben. Er hat das sofort, da wir nichts anderes angegeben haben, in die gleichnamige Datei Index-HTML gespeichert. Das können wir uns anschauen. Ja, das schauen wir uns an im Datei-Manager. Wir befinden uns hier momentan noch im Web-Root unseres Web-Servers, public-underscore-HTML. Dort war die Index-HTML-Seite zu sehen. 589 Bytes, ein HTML-Dokument erkannt an der Datei-Spezifikation hinten. Aber das weiß man ja. Und die wurde am 27.09. zuletzt geändert. In dem Home-Verzeichnis vom Developer, der stand da immer da oben, ja, Developer, mit der Tilde lande ich in mein Home-Verzeichnis als Unix-User, müsste es jetzt eine Index-Datei geben. Und sie gibt's. Ja, genau die, die wir auch hier hatten. So weit, so gut. Das zu Weget.